hallo ich bin's der matthias mal wieder und zwar werde ich heute meine baby partergarmen füttern und ihr darf dabei sein ich füttere sie wie auch mein chameleon immer mit der hand und nicht mit der pinzette denn das kann auch bei partergarmen zu großen verletzungen führen wenn sie sich ganz gierig auf das füttere stürzen und dabei sich mit der pinzette verletzen hey heute hat sie aber einen großen appetit und das schmeckt doch lecker sie hat eine wunderschöne zeichnung sendfeier nennt sich die und je irre dass sie wird umso intensiver kommt die zeichnung zu können geht schon richtig ins rote also sehr schön ok dann möchte ich mich verabschieden ich lasse die kamera wie immer noch etwas weiterlaufen vielen dank fürs zuschauen und mein spruch wie immer see you later so 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.